Musik Wenn du hier schon im Wintersuch rumläufst, wie läufst du dann im Sommer rum? Das muss man erleben. Noch ein bisschen weniger, eine kurze Hose. Was tut dir denn deine perfekte Faschings-Party vor hier im Kölsch-Party? Also ich stelle mir eine Faschings-Party vor. Und zwar stelle mir eine You Have No Party vor. Wohl verbreitet oder nicht, solange sie gute Musik spielen und man gut feiern kann. Muss ich ehrlich zugeben, ich bin Faschings-Lofel. Ich mag Fasching gar nicht. In der Kölsch-Bar zum Beispiel läuft. In der Kölsch-Bar? So Karneval-Musik. Okay. So mit große Scheiße und sowas. Und das sollte immer vertreten sein, im Kölsch-Club, oder? Auf Faschings-Revent. Ich bin schon verkleidet und freie Getränke sind ja nie verkehrt. Also kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Mädels als Krankenschwester, schön kurze Röcke. Hauptsache kurz? Ja. Okay. Und die Kerle, ja, von mir aus zu Hause. Die Leute verkleidet sind, alle muss nicht verkleidet sein, aber alle Leute übersetzt zueinander sind, alle feiern zusammen. Perfekte Faschings-Party. Oh, das ist schwer. Ich muss sagen, ich stehe nicht so auf Faschings-Partys. Es soll alle verkleidet sein, es soll eine Bad-Taste-Party werden und jeder soll einfach nur Spaß haben. Keine Ahnung. Ich würde sagen, verkleiden, feiern, ein Golf und Freak ist für Fasching oder sowas. Auf jeden Fall verkleiden. Ja, feiern und kleiden. Das gehört schon noch zu. Ausgeflitzte Klamotten. Umkleiden, perfekte Musik. Hip-Hop. Für mich ist die Faschings-Party. Ich als absoluter Faschings-Fan ist, alle sind verkleidet, alle gut auf. Mit geiler Musik und viel Alk. Das sagst du dich genauso.